so ich bin's nochmal hallo ja es war jetzt sehr gut dass ich zu den bäumen gelaufen bin dreiviertel stunde fußweg oder sowas wenn man schnell läuft im hintergrund wieder schamanen vertrommeln ja also ich war oben bei den bäumen da ist ein traktor der bohrt löcher für bäume pflanzen was ein vorarbeiter dabei der sogar ein bisschen deutsch spricht ja und die hätten jetzt wo ich nicht gekommen wäre alles mit bäumen zugepflanzt prinzipiell ja schön aber da soll ja noch platz sein die kinder zum spielen das ist eine spielschläche da soll die solaranlage muss ja weiterhin licht bekommen auch wenn die bäume ein bisschen größer werden man sollte vielleicht mit einem kleinen lkw ranfahren können die container um dinge zu liefern weil das nicht bedacht also die hätten jetzt einfach alles vollgepflanzt du hast absolut recht gut dass du da bist sag mal hast du kontakt zu dem baum geist also den baum- oder berggeistern ist ja genau richtig morgen wäre zu spät gewesen ja sehe ich auch so das habe ich mit dem vorarbeiter so grob besprochen jetzt muss ich wieder nach hause und er ruft das ist irgendwie eine sehr interessante messe über ökologischen landbau in der mongolei im nationalstadion da möchte ich natürlich auch hin deswegen eile ich jetzt zurück wollte euch aber diese neuigkeiten nicht vorenthalten ja und da vorne eben die schamanen bei ihrem ritual da durfte ich auch nicht rein heute das ist eine rote schnur drumherum gespannt das wäre ein schutzraum wenn man nicht rein darf das müsste man alles neu machen ja aber ich gehe jetzt da außen rum wieder durchs fluss schauen wir mal ob wir zu der messe noch rechtzeitig kommen soweit so gut ich lasse jetzt einfach mal die kamera noch laufen das ist vielleicht auch interessant im hintergrund so jetzt ist der schamann in den draus kriegt ein sitzkissen er ist jetzt nicht mehr er selber er ist aber durch ihn spricht meine alte sehne jetzt bin alter opa wie man da wohl gesagt und drunter nochmal